So Checker-Freunde, VMAX Video Q8, 0UF, 150, wachen wir. Braucht kurz, oh nein, aber geht der los, hey. Fernlichtautomatik, Matrix LED. Super, also der geht schon gut vorwärts, mal kurz 160, also der lauft wirklich richtig gut. Denk ich für das Schwarmchecker schon. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterentholen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch drei Videos, die euch einsteigen können. Schaut es euch an, habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald, eure Schwabenchecker. Ciao. Ciao.